Erst einmal Maximilian, Sie bleiben uns erhalten. Wir haben aber noch jemanden eingeladen, der durchaus der Meinung ist, dass die Grünen eben ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Oh, jetzt auch. Claudia Roth, die letzte Verfechterin grüner Utopien. Sie verteidigt leidenschaftlich Multikulti. Mahnt den Islam nicht unter Generalverdacht zu stellen. Und warnt vor dem Überwachungsstaat. Der ehemalige Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Heinz Buschkowski, hält dagegen. Multikulti ist gescheitert. Der Islam ist mit einer demokratischen Gesellschaft nicht vereinbar. Er ist, anders als Claudia Roth, für mehr Videoüberwachung und sagt, die Grünen sind ein Sicherheitsrisiko. Und hier ist er, der wohl berühmteste Neuköllner. Herzlich willkommen, Heinz Buschkowski. Oh. Buschi. Buschi werden Sie hier genannt. Sie beide kellen sich ja. Nicht um Armen, Sie sollen sich ja streiten. Ja, das können wir schon. Herr Buschkowski, Sie haben jetzt ein paar Minuten Zeit, Frau Roth auseinanderzunehmen. Wenn Sie zum Ende kommen sollen, hören Sie durch ein akustisches Signal, dass es soweit ist. Und ich glaube, Sie könnten damit anfangen, in dir mal zu erklären, warum Sie glauben, dass die Grünen ein Sicherheitsrisiko sind. Duell frei. Ich habe ja diesen harten Satz gesagt, die Grünen sind ein Sicherheitsrisiko. Und ich glaube das auch. Und ich glaube, viele andere Menschen sind da mit mir einer Meinung. Und deswegen hat die Akzeptanz der Grünen in der letzten Zeit so einen Knick erhalten. Ich höre nur noch eins. In was für einem schlechten und miesen Land ich wurde. Und was in einem schlechten Land das unbedingt geändert werden muss. Und was endlich demokratisiert werden muss. Und ich kann das gar nicht feststellen. Weil ich bin eigentlich mit meinem Land ganz zufrieden. Ich sage sogar so spießige Begriffe wie, es ist meine Heimat. Das ist schon hart am Rand der Rechtsradikalität aus Sicht der Grünen. Und das stört mich einfach. Mich stört, dass eine politische Partei in diesem Land eigentlich gar kein Zuhause hat. Also, ich weiß nicht mit welchen Miesepetern Sie da unterwegs sind. Aber ich weiß, dass wir dieses Land ganz wunderbar finden. Ich will alles, alles dafür tun, dass es so schön bleibt. Oder dass es noch schöner und noch offener und noch demokratischer werden kann. Darum geht es. Und Sie haben etwas gesagt, Herr Buschkowski. Ich habe mir ein bisschen über meine Kindheit geredet. Und wenn Sie erlebt haben, dass Heimat eigentlich immer ausgrenzend war. Dass Sie eigentlich, ich habe wirklich, unsere Familie hat immer wieder erlebt, zu dieser Heimat gehört ihr nicht. Wenn du nicht das Dirndl immer anhast. Heute ziehe ich es an. Das ärgert die CSU am allermeisten. Aber wenn du das Gefühl gekriegt hast, Heimat ist ausgrenzend, dann entwickelst du kein gutes Gefühl. Und deswegen sage ich, Heimat muss von uns angenommen werden. Und ich sage, wir brauchen eine Heimat, wo du dazugehörst und wo du gebraucht wirst. Deswegen, dafür will ich mich einsetzen. Dafür wollen die Grünen kämpfen. Und wissen Sie, ich mache ja ganz viel Menschenrechtspolitik seit sehr langer Zeit. Das wissen Sie doch auch. Und wenn ich dann sehe, wie der Zustand in anderen Ländern ist, in anderen Regionen dieser Welt. Wenn ich weiß, wie die Situation in Syrien, im Irak ist, im Libanon, in Jordanien, in Afghanistan. Wenn ich weiß, dass Deutschland nach wie vor Rüstungsgüter an Saudi-Arabien liefert, das gerade den Jemen ins Mittelalter zurückbombt. Dann sage ich, da muss sich was ändern. Es muss sich hier bei uns was ändern, dass Menschen gar nicht gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen. Aber wenn sie ihre Heimat verlassen müssen, dann müssen wir doch zeigen, was Willkommenskultur heißt. Das ist nicht einfach. Das geht nicht so ohne Probleme von sich ab. Aber dann sind wir doch diejenigen, die zeigen, was Nächstenliebe ist, was Solidarität ist und was unser Grundgesetz sagt. Dass das Grundrecht auf Asyl eigentlich das ist, was wir als Deutsche als moralischen Imperativ aus unserer Geschichte nehmen. Frau Roth, ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten. Aber das, was Sie gerade leidenschaftlich vorgetragen haben, war, Deutschland rettet die Welt? Nein. Ja? Deutschland rettet die Welt und kommen zu mir alle, die ermüselig und beladen sind. Nein. Und das geht natürlich nicht. Natürlich. Das ist die Abkehr von der Lebensrealität. Es gibt auf dieser Welt Milliarden Menschen, die nicht das Glück haben, in einem Land wie Deutschland geboren worden zu sein oder zu leben. Die in Diktaturen leben, in Verhältnissen, wo man Frauen steinigt, wenn sie mit einem Mann einen Kaffee trinken und, 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 und. Aber es wird nicht in unsere Hand gelegt werden, auch nicht in den nächsten 30 Jahren, dass Deutschland in diesen Ländern alle diese Verhältnisse ändert. Und das geht halt nicht. Aber man kann nicht den Anspruch erheben, wie die Grünen es tun, weg mit den Grenzen, kommt alle hierher, kommt alle nach Deutschland und suchet hier alle euer Glück. Das stimmt überhaupt nicht, hat mich auf die Ersten... Na doch, das ist Ihr Beschluss, oder? Nein, nein, nein. Erstens geht es gar nicht darum, dass Deutschland die Welt rettet, aber, dass wir in Zeiten von testosterongesteuerter Politik, von diesen Trumps, diesen Erdogans und diesen Putins, ein starkes Europa brauchen, das zeigt, was Demokratie, was Rechtsstaat, was Menschenrechte heißt. So, ich will nicht die Welt retten, aber ich will, dass Menschenrechte erhalten werden und dass Menschen gar nicht erst gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen. Weil, ich kann Ihnen sagen, in vielen Regionen dieser Welt ist ganz sicher schöner als in Erstaufnahmeeinrichtungen bei uns. Und zum Sicherheitsrisiko. Wenn Sie gesagt haben, das kommt jetzt sehr oft und das wird jetzt im Wahlkampf natürlich, ich habe ja die Sorge, dass dieses sehr sensible Thema Sicherheit und natürlich haben die Menschen das Recht zu sagen, ich will die größtmögliche Sicherheit. Aber zum Thema, wenn das von denen kommt, die systematisch über Jahre Polizei abgebaut haben, tausende von Polizisten von Stellen abgebaut haben, dann ist das wirklich doppelbötig. Oder wenn andere mal im Fließband Gesetze machen, die überhaupt nichts wirken und alte Gesetze nicht mal anwenden. Nochmal, größtmögliche Sicherheit, ja, da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Aber der alte Benjamin Franklin, lange ist her, hat etwas gesagt, was wir nicht vergessen dürfen. Er hat gesagt, wenn wir Sicherheit wollen und Freiheit einschränken, dann werden wir am Ende beides verlieren. Ich will nicht meine Freiheit verlieren, unsere Freiheitsrechte einschränken müssen, weil dann hätten die Terroristen, die wir bekämpfen müssen, aber dann hätten die schon gewonnen. Ja, ja, ohne Zweifel, Frau Roth, Sie sind Profi. Ich erzähle Ihnen was von der deutschen Grenzpolitik und Sie antworten mir mit Benjamin Franklin. Ja, das war gut. Ja, ja, das war schon ein adäquates Ausweichen. Nein, nein. Das ist keine Ausweich. So kann man doch die Welt nicht sehen, man kann sie so sehen, weil sie ist ungerecht. Die Welt hat auch noch nie den Anspruch erhoben, gerecht zu sein. Das Leben übrigens auch nicht. Aber wenn Sie von meinen Bürgerrechten, ich sage Ihnen, bei mir steht das Bürgerrecht der Unverletzlichkeit meines Körpers, wenn ich über den Hermannplatz in Neukölln gehe, gegenüber dem Bürgerrecht am eigenen Bild. Und was sagen mir meine Grünen in Berlin? Bei uns gibt es keine Kameras auf kriminalitätsbelasteten Orten. Das schränkt die Bürgerrechte ein. Hallo, wissen Sie was? Ich lasse mich lieber filmen als verkloppen. Und so achte ich meine Bürgerrechte. Sie wissen genau, dass es so nicht stimmt. Natürlich stimmt es so. Nein, dass wir nicht grundsätzlich gegen die Überwachung sind, sondern dass wir sagen, Überwachung an wirklich neuralgischen Punkten ja, aber viel besser als die Überwachung wäre zusätzlich Polizeikräfte zu haben, die vor Ort sind, die schnell eingreifen können und die in der Lage sind, genau diese Konflikte zu detestieren. Können Sie mir nach der Sendung ein kleines Zettelchen für Ihre Fraktion in Berlin mitgeben? Ja, gerne. Das haben die noch nicht verstanden. Ja, dann reden Sie doch mal mit dem Dirk und mit denen. Oh, Mann. Hey. Ja. Unser Justiz-Senator ist damit beschäftigt, weil er auch endlich mal auf eine Toilette mit dem D gehen will, die geschlechterneutrale Toilette einzuführen. Der ist nur mit anderen Damen beschäftigt, Herr Wuschkopf. Das sind Ihre Probleme. Diese beiden Parteien, meine Damen und Herren, ob Sie es glauben oder nicht, regieren zusammen in Berlin. Also ich kann nur sagen, ich will kein anderes Land, ich will auch kein anderes Volk und ich will mich auch nicht umerziehen lassen und viele andere mit mir auch nicht. Vielen Dank für diese klare Haltung. Herzlichen Dank, Heinz Wuschkowski. Vielen Dank. Geben Sie mir nochmal die Note. Tschüss. 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 Ja, es ist nicht ganz leicht mit dem Testosteron-gesteuerten Diktatoren, da hat Claudia Roth viele persönliche Erfahrungen gesammelt, unter anderem mit dem... ... ... ...